Klimawandel, Fridays for Future, Bioprodukte und fleischlose Alternativen. Nachhaltigkeit spielt in der heutigen Zeit eine große Rolle. Auch in Urlaubshotels wird immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte und Initiativen gelegt. Gemeinsam mit Experten arbeitet die TUI Group daran, das Angebot klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Wir sind hier im TUI Blue Rockador auf Mallorca in Calador. Ich bin in Funktion von Futuris der Nachhaltigkeitsinitiative für den deutschen Reisemarkt hier. Und zwar machen wir hier auf Mallorca ein Projekt, was sich plastikfreie Balearen nennt. Das ist ein Branchenprojekt von einem unserer Mitgliedern. Und das Ziel ist, die Plastikverschwendung, den Plastikmüll auf den Balearen in der Tourismusindustrie einzudämmen. Und gleichzeitig die Recyclingquote zu erhöhen und das Recycling insgesamt zu verbessern. Eine besondere Herausforderung auf Mallorca war in den letzten Jahren die Wasserknappheit. Der Robinson Club hat daher eine Meerwasserentsalzungsanlage installiert, um eigenes Trinkwasser zu produzieren und die Brunnen der Umgebung zu entlasten. Hier im Robinson Club Cala Serena haben wir seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Das Schöne an dem Job, den ich ausübe, ist, dass ich im Bereich Energie und Wasser tätig bin. Der Vorteil dabei ist, jeden Kilowattstunde, jeden Kubikmeter, den wir einsparen, bringt uns wirtschaftliche Vorteile, aber auf der anderen Seite auch die Anerkennung unserer Gäste. Das spüren wir jede Woche beim Clubrundgang. Wichtige Faktoren für den Umweltschutz in den Hotels sind die Bereiche Sustainable Food und Plastikreduzierung. Die zwei Themen, Sustainable Food und Plastikreduzierung, haben eine große Herausforderung in Hotels, und auf die Sustainability-Performance der Hotels. Und ich denke, wir, at CHURI, können wirklich einen Vorteil für unsere Hotels und für unsere Hotel-Management. Und unsere Kunden werden das auch experienceieren. Denn viele Maßnahmen haben bereits implementiert, aber ich denke, dass es noch ein paar Potenzialen gibt und Raum für verbessern. Und es ist wirklich großartig, dass unsere Hotels so involviert sind und bereit sind, um diesen Weg weiterzugehen, um die Plastikreduzierung zu reduzieren, und um die Sustainable Food-Performance der Hotels zu verbessern. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen setzt die TUI Group auf das Verständnis und die Mitwirkung der Gäste, damit auch die Generationen der Zukunft ihren Urlaub genießen können.